Hallo liebe Freunde, heute ist Sommer, sondern es ist halb, nee Sommer aber nicht mehr im Herbst. Und heute wollen wir wieder mal den Hubsan fliegen lassen. Hubsan, kleiner Mini-Quattrocopter. Und ja, vielleicht ist ja sehr gut und du hast was mehr. Und gucken wir mal, ne? Ein bisschen Prozedero. Da ist noch kein Akku drin, da muss ich den Akku nur rein machen. Und ja, wir haben schon ein Bild. Oh, fasselig. So. Mat, ok. Das nimmt er auf. Da müssen wir echt aufpassen. Wenn ich nicht zu weit weg fliege, dann habe ich ein Problem. Das Wind ist zwar der Spürch, dann sofort abgesieben. Ich muss echt Vollgas geben um hier. Das Wind ist ein Problem. Das Wind ist ein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt zu Landen und setzen. Das gibt's zu kaufen.